Check, check, eins, zwei. So macht man das, glaube ich, oder? Äh, das iPhone X. Der letzte Anruf ist, mit wem? Ähm, mit meinem Bruder. Äh, das müsste ich noch schauen. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ähm, Spotify. Snapchat. Äh, das Bild mit meinem Sohn. Ähm, ich weiß gar nicht, wenn es so... Vielleicht, äh, den Joe Hart oder, oder den Salah. Also berühmt, die sind alle. Der Gerda habe ich auch. Ähm, 49. Also voll habe ich ja nie und lehre auch nicht. Ähm, WhatsApp eigentlich. Also schlimm, was heisst schlimm? Ich weiss nicht, ich habe noch nie eine richtig schlimme Nachricht bekommen. Wie soll ich das jetzt so sagen? Ja, danke. Ja, danke. Ja, danke.